Jonas Schmidt und Tomeyer folgen dem Notruf einer Balletttänzerin. Seelische Unterstützung erhält die 19-Jährige bereits von ihrer Mutter. Haben Sie den Rettungswagen schon gerufen? Ja, den habe ich auch schon gerufen. Es ging darum, dass Sie mit irgendwas getroffen worden sind, richtig? Ja. Irgendwie, ich war am Proben und dann fiel irgendwas von der Decke. Ja. Und ich habe mich nur kurz umgedreht und den Scheinwerfer gesehen und dann wurde es schwarz. Das ist ja hier ein Theater, ne? Glaube ich. Ja. Sie sind da, was machen Sie da? Ich habe für unser Stück geprobt. Also ich mache ein Ballettstück und dafür habe ich geprobt. Ich habe die Hauptrolle. Okay. Und ja, dann ist... Scheinwerfer sagten Sie? Also Sie haben den Scheinwerfer gesehen und dann wurde es schwarz vor Augen? Genau. Ich habe ihn nur kurz gesehen, als ich mich umgedreht habe. Weil ich hatte Angst und bin dann irgendwie aus Panik. Wollte ich mich retten und dann wurde es schwarz vor Augen. Und dann habe ich es nur noch geschafft, hierher und meine Mama anzurufen. Okay, das ist gut, dass Sie da sind. Dann würde ich auch Sie bitten, dass Sie jetzt hierbleiben erstmal. Wir würden uns dann nämlich mal weiter umschauen. Wie ist denn Ihr Name? Sophie. Sophie Jung. Sophie Jung. Okay, Frau Jung. Ist denn da jetzt noch irgendjemand? Ich habe keinen gesehen. Da müsste nur meine Freundin Nora noch da sein. Und unser Regisseur Matthieu, der müsste eigentlich... Die haben sich um Sie jetzt gekümmert? Oder hat man Sie jetzt hier so alleine gelassen? Es scheint keiner das mitbekommen zu haben, was passiert ist. Okay. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass wir die antreffen können. Falls was ist, machen Sie auf sich aufmerksam, okay? Zunächst wollen sich die Polizisten allerdings erst einmal einen Eindruck darüber verschaffen, ob sie es hier mit einem Unfall oder einem Anschlag zu tun haben. Guck mal, der ist ja gar nicht herausgebrochen. Der ist herausgeschraubt. Weil sonst wären ja noch irgendwelche Reste von dem Teil, an dem es gehangen ist. Die Traverse oder was das ist, ne? Ja. Also da muss man schon irgendwas unternommen haben, sagst du, oder was? Ja. Also vermute ich jetzt. Also meine erste Bewertung. Zumindest hat ja da jetzt erstmal keiner Zugriff drauf. Dann würde ich das nämlich später sicherstellen als Beweismittel. Wir sollten jetzt erstmal wissen, wo diese Regisseurin ist, beziehungsweise der Regisseur und die Snora, ne? Ja, der Quisite. Ja, lass uns mal schauen. Haben Sie irgendwelche Probleme in der Vergangenheit mit irgendjemandem gehabt, der Ihnen irgendwie böse will? Moment mal, mir fällt da was ein, das habe ich ganz vergessen in der Aufregung. Du hast doch diesen Drohbrief bekommen vor so ein, zwei Wochen. Ich habe ihn auch dabei. Ja, aber du kennst das doch untereinander im Ballett. Aber vielleicht hat das ja doch was damit zu tun. Sind Sie denn die einzige Tänzerin hier, beziehungsweise die jetzt hier so einen Auftritt probt? Aktuell ja, also ich habe halt die Hauptrolle. Okay. Die einzige, die noch getanzt hat, aber aktuell jetzt nicht tanzt, ist Nora, meine beste Freundin. Die ist aber mit in der Requisite. Ja, das ist ja die, genau, das hatten Sie ja vorhin schon gesagt, diese Nora. Und die ist quasi, die ist nur für die Requisite zuständig. Weil wenn ich jetzt das hier so lese, du hast null Talent, du magersüchtiges Opfer. Du wirst noch dein blaues Wunder erleben. Ich sage mal so, das ist natürlich, das ist eindeutig, ne? Also da muss ja irgendjemand gegen sie irgendwas haben. Kannst du dir das denn vorstellen, dass das nur ein Pein... Lass uns zu dieser Neura gehen, dann wissen wir mehr. Aber ich glaube wirklich nicht, dass sie was damit zu tun hat. Wir tanzen zusammen, seitdem wir Kinder sind. Und sie ist seitdem auch schon immer meine beste Freundin gewesen. Ich glaube nicht, dass sie da... Aber sie ist auch Tänzerin? Genau, also sie... Also nicht nur Requisite, sondern... Sie war Tänzerin. Sie war Tänzerin. Sie hatte... Auch hier in dem Theater? Genau, also wir tanzen eigentlich schon, seitdem wir Kinder sind hier. Und sie hat halt erst die Rolle und... Sie hatte die Rolle? Habe ich das richtig verstanden? Genau, sie hatte die Rolle und ich habe sie übernommen. Okay. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass sie irgendetwas... Und warum hat sie diese Rolle nicht mehr... Ja, es war halt der Regisseur, oder? So hast du mir das erzählt. Also Matteo... Um was ging es denn da? Also wenn Sie sagen, sie hätte vorher diese... Diese Tanzstelle quasi gehabt? Also es ist halt bei uns... Im Ballett Matteo achtet sehr auf das Äußerliche und sehr auf das Gewicht. Und ja, Nora hatte für ihn halt ein bisschen zu viel Gewicht. Und er war damit unzufrieden und dann hat er mir die Rolle gegeben. Und deswegen ist Nora halt nicht mehr auf der Bühne, sondern hinter der Bühne. Wir sind alle verschieden und wichtig ist natürlich, was in uns drin ist und nicht das Äußerliche. Es gibt dicke, dünne, weiße, schwarze Menschen. Es gibt alles Mögliche. Wichtig ist wirklich der Charakter, was entscheidet über die Menschlichkeit an sich. Lass uns mal zu den Nora gucken. Ja. Wir gehen jetzt mal vorne hin und falls was ist, schreien Sie bitte. Ja. Bislang ist die Requisiteurin die Einzige, die ein schlüssiges Motiv für einen Racheakt hätte. Hallo. Nicht erschrecken. Guten Tag. Hallo. Ist Ihr Vorname Nora? Ja, Nora Flöhring. Hallo. Hallo. Sie sind... Sie arbeiten in der Requisite? Ja. Was ist passiert? Wir sind hergerufen worden, weil die Frau Jung, der ist ein Scheinwerfer auf den Kopf gestürzt. Der Sophie? Ja, genau. Also wir gehen zunächst von keinem Unfall aus, sodass es mutwillig passiert ist. Also haben Sie da nichts von mitbekommen? Nein. Das wäre jetzt nur meine Frage gewesen. Ich habe die ganze Zeit Musik gehört und habe hier gearbeitet. Ich arbeite ja in der Requisite und muss hier noch einige Dinge gerade aufbauen. Ich habe gar nichts mitbekommen. Wer ist denn noch hier außer Ihnen? Wir hatten jetzt gehört, der Regisseur ist noch da. Genau, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand was daran gemacht hat. Dem einzigen, dem ich das zutrauen würde, wäre halt Matteo. Matteo ist jetzt der Regisseur, oder was? Das ist der Regisseur, ja. Wir müssen vielleicht noch was erwähnen. Also wir haben jetzt gerade erfahren, dass Sie jetzt wohl nicht mehr tanzen. Nee. Und dass die Rolle, beziehungsweise Sie waren ja beide Konkurrentinnen um eine Rolle. Und man hat sich für die Frau Jung entschieden, richtig? Richtig, aber das ist meine beste Freundin. Und ich gönne die Rolle auch, aber Matteo war halt derjenige, der uns da ziemlich manipuliert hat und auch allgemein uns alle eigentlich manipuliert und mir halt die Rolle weggenommen hat. Aber ich würde so viel sowas niemals antun. Wissen Sie, was das Problem ist? Das Problem ist ganz einfach, dass wir noch einen Drohbrief jetzt erhalten haben von der Frau Jung. Also die Frau Jung, die ist Opfer dieses Drohbriefes quasi geworden, in dem ganz klipp und klar drinsteht, du magersüchtiges Opfer, du wirst schon, ich weiß, ich kann es gerade gar nicht mehr wiedergeben, aber das magersüchtige Opfer, das ist mir in Erinnerung, du hast den, ne, den Brief. Und es ging wohl darum, dass Sie wohl ein bisschen zu, ich jetzt nicht falsch verstehe, zu dick sind für diesen Job, beziehungsweise diese Rolle. Das ist das, was Matteo gesagt hat, weshalb ich die Hauptrolle nicht mehr habe und jetzt in der Requisite arbeite. Okay, aber dass Sie jetzt deshalb quasi Hass schüren auf die Frau Jung, das ist nicht so. Wo ist denn dieser Matteo? Haben Sie da irgendwie eine... Wenn Sie vorne lang gehen, an der Kasse die Treppe hoch, da befindet sich das Büro von ihm. Du liebe Zeit, was ist denn hier los? Hallo? Gott! Was haben Sie denn? Sehen Sie das nicht, mein Gott? Jetzt erstmal, mein Name ist Schmidt von der Polizei. Ja? Wer sind Sie denn? Ah, ich bin der Regisseur hier im Hause und dieses kleine, integrierte Flittchen. Was ist denn hier, was ist denn Ihr Problem jetzt? Jemand hat mich scheinbar mit diesem Schraubenschlüssel und das muss Nora gewesen sein, weil nur sie hier mit Werkzeug rumhantiert hat, sie mich niedergeschlagen. Dieses kleine... Wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Es kann nur sie gewesen sein, weil sie mit ihrem Arsch, mit ihrem fetten Hintern, kann ich sie doch nicht da auf die Bühne schicken. Mein Gott! Grundsätzlich ist es natürlich super unhöflich, jemanden wegen seinem Aussehen zu beleidigen, zu mobben. Gerade als Arbeitgeber hat man natürlich irgendwo auch eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern. Und wenn man dann seine Stellung quasi dermaßen ausnutzt und dann darauf rumreitet und der Arbeitnehmer, der das noch quasi vor die Nase hält, ist das natürlich doppelt so schwer. Ah, und aus Rache wird sie mich mit diesem Ding hier niedergeschlagen haben. Von hinten! Von hinten! Ich muss sagen, relativ unangenehmer Typ. Auch als wir dann diesen Raum betreten haben, wollte er nicht so wirklich raus mit der Sprache. Das, was ich erkennen konnte, war, dass er irgendwie in Not steckte. Also er blutete und ein Schraubenzieher lag auf dem Boden. Da muss er natürlich Hilfe bekommen und das wurde dann in Form dieses Rettungswagen getan, der auch schon draußen stand. Aber insgesamt, ich traue diesem ganzen Braten noch nicht. Also irgendwas scheint hier ganz gewaltig faul zu sein. Dennoch gibt es nach bisheriger Sachlage nur eine Verdächtige. Die Requisiteurin, die eigentlich als Balletttänzerin in dem Theater engagiert war. Was ist denn jetzt? Ja. Toll. Hey, siehst du das unten? Was denn? Warte mal, warte mal. Was denn? Was denn? Hier unten. Eine blutverschmierte Brille. Wusstest du, das ist die Brille von der Requisite? Hatte die eine Brille auf? Ich weiß es gar nicht. Nee, die hatte keine Brille. Hatte keine Brille? Wo ist die denn? Die Beamten vermuten, dass die Brille zu der Person gehört, die den Anschlag auf die Tänzerin und den Regisseur verübt hat. Zunächst konfrontiert Jonas Schmidt diejenige, die für beide Taten ein Motiv hätte. Wir hatten jetzt mit dem Matteo Rücksprache gehalten. Und der lag oben in seinem Büro, wo Sie ja gesagt hatten, dass er sich aufhält. Ja, niedergeschlagen. Er sagte, dass er niedergeschlagen worden sei mit einem Schraubenzieher. Der Schraubenzieher, der liegt auch noch oben. Er befindet sich jetzt gerade in Behandlung. Er hatte Sie im Verdacht. Mich? Ja, tatsächlich. Also, ich war die ganze Zeit in meinem Zimmer und habe weiter an den Tischen rumgeschraubt. Wissen Sie, was Sie in Ihrem Büro gefunden haben? Die kenne ich doch irgendwoher. Ich kenne die auch. Woher kennen Sie sie? Ja, die noch mal. Irgendjemand. Also, die lag unmittelbar vor Ihrem Büro. Ja, aber sie gehört nicht mir. Nora, ist das nicht die Brille von deinem Papa? Was war das denn? Was war das denn? Hier ist du da rum. Hey, hier ist jemand. Hier ist jemand. Hey, stehbleib. 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 Wer sind Sie? Ich war auf Toilette. Wer sind Sie? Konkrete Frage. Wer sind Sie? Ich bin der Vater von der Nora und ich wollte Sie mal zugucken, wie Sie hier Ballet tanzt. Von der Nora sind Sie der Vater. Zufällig auch der Besitzer dieser Brille? Lass uns mal runtergehen. Das ist Ihr Vater. Er wollte gerade ganz schnell diesen Raum wieder verlassen, beziehungsweise diese Örtlichkeit. Was haben Sie in der Tasche eigentlich? Sagen Sie mal her. Eine Sturmhaube. Also ich glaube, jetzt sind Sie uns an der Erklärung schuldig, oder? Papa, sag's doch einfach. Nora, es bringt doch nichts. Was sagen? Ja, was du getan hast, was du hier machst, was soll das? Ja. Okay, ich war hier. Ich wollte meiner Tochter helfen. Der tolle Regisseur hat Sie ja abgesetzt von Ihrer Hauptrolle und da habe ich mir gedacht, jetzt musst du da mal eingreifen. Und was haben Sie dann gemacht? Haben Sie sowohl den Regisseur als auch die Frau Jung verletzt? Kann das sein? Wenn sie nicht mehr da ist, dann wird meine Tochter wieder eingesetzt. Das war doch nicht klar. Ich weiß nicht, was da hätte passieren können. Meine Tochter hätte tot sein können. Das war doch nur ein... Das soll doch nur... Nur ein... Also jetzt nochmal ganz konkret, nochmal ganz konkret. Ich habe den Matteo, oder wir haben den Matteo gerade in seinem Büro aufgefunden. Attackiert von einem Schraubenschlüssel. Waren Sie das? Er hat es doch auch verdient, oder nicht? Gut, dann waren Sie das und waren Sie auch derjenige, der der Frau Jung diesen Scheinwerfer letzten Endes dann auf den Kopf nicht geschlagen hat, aber zumindest diesen Scheinwerfer aus der Verankerung gelöst hat. Ich musste doch was tun, dass meine Tochter wieder die Hauptrolle bekommt. Das war doch das Wichtigste für mich. Indem Sie die Konkurrenz aufschalten. Wenn sie krank ist... Das werden wir jetzt hier vor allem nicht klären können. Sie kommen, wir begleiten uns auf jeden Fall mit auf die Wache. Ich kündige uns schon mal an. Ja, meine persönliche Meinung zu dem Herrn hier ist, natürlich liebt jeder Vater seine Kinder. Aber man kann es auch wirklich übertreiben. Und aus meiner Sicht hat er den Mann hier eindeutig mehr als übertrieben. Nicht nur, dass er die Frau schwer verletzt hat, er hätte sie auch töten können. Zumal er auch eine Vorbildfunktion für seine Tochter irgendwo hat. Und ich glaube, der ist hier überhaupt nicht gerecht geworden. Der 45-Jährige hat sich der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen strafbar gemacht und wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen.